so willkommen zu einer neuen folge pokémon go nicht denn es geht heute um das ramses faq video fuck ich habe vor einer woche am 13 8 das müsste der letzte donnerstag gewesen sein ein ankündigungs video hochgeladen eure fragen meine antworten ihr hattet jetzt eine woche zeit fragen zu stellen das habt ihr auch gemacht manche haben das besonders gemacht der isbo zum beispiel ich glaube von diesen 145 kommentaren sind bestimmt schon 100 alleine vom isbo mit den dümmsten fragen überhaupt ich habe das nur kurz überflogen weil ich ja immer die kommentare durchgehe und herzchen gebe für die die ich gelesen habe wenn ich gesehen habe das hat was mit dem faq video zu tun habe ich direkt herz gegeben und bin weiter weil ich möchte jetzt erst darauf eingehen außerdem habe ich bei telegram eine kleine umfrage gestartet ob ich alle fragen am stück in dem video beantwortet soll was dann vielleicht über eine stunde geht oder mehrere teile machen soll zu je so 15 minuten vielleicht damit ihr das seht hier guckt dass da ist die umfrage sieht man nicht ist verschwommen wunderbar mehrere teile zu je 15 minuten hat 64 prozent alles am stück hat 36 prozent aber es haben nur 28 leute abgestimmt das ist mies in der gruppe sind 188 mitglieder okay bei youtube habe ich das ganze aber auch gemacht habe ich auch dieselbe frage gestellt und hier könnt ihr sehen alles zusammen über 60 minuten hat 29 prozent mehrere teile hat 71 prozent wir haben insgesamt 108 leute abgestimmt beide umfragen haben also ergeben dass ich mehrere teile machen soll was ich auch jetzt mache ich werde jetzt ein bisschen reden den counter im auge behalten und dann zwischendurch mal abtrennen ihr habt im hintergrund jetzt hier das original video ich habe mich entschlossen das jetzt so zu machen hier aufzunehmen da ist das flüssiger geht das schneller kann ich gleich alles hintereinander das ist das video ich habe die kommentare wie ihr seht 145 waren es ich habe die jetzt geordnet nach neueste zuerst deswegen werden wir hier seht ihr schon überall ist wo wir werden jetzt bis runter scrollen und von unten anfangen alle zu beantworten da sind auch schon unten das ging ja schnell so ben tv hat zum beispiel geschrieben wieso willst du immer von jedem pokemon ein shiny ja wieso denn nicht ne weil warum spielt man das spiel man man hat auch bestimmte ziele ich glaube alle wollen bestimmt den aktuellen raid boss immer haben alle würden am liebsten ein hunderter haben wollen vom raid boss wenn er shiny ist wollen die leute doch davon auch ein shiny haben generell möchte jeder den pokédex vervollständigen und jedes pokémon fangen wenn man aber bestimmte ziele erreicht setzt man sich neue ziele und wenn es ein shiny gibt dann fängt man eben auch das shiny und da eben gerade bei den familien nehmen wir mal zubat zubat golbert die sehen beide richtig genial aus mit ihrem grün expert sieht richtig komisch aus mit seinem rosanen wenn ich jetzt nur eins fangen und durch entwickle habe ich nur dieses diesen rosanen klumpen im beutel das finde ich nicht schön deswegen lieber die familie lieber zubat shiny goldbert shiny alles permanent dann hast du auch die zwei grünen hast du auf der hand und kannst dir die angucken es ist für mich nicht dasselbe wenn du im pokédex einfach nur drauf drückst und kannst sehen wie das dann aussieht es ist was ganz anderes wenn du das hast in deinem beutel wenn du damit kämpfen kannst wenn du das in arena setzen kannst wenn du drauf drücken kannst es schreit und du kannst es verschicken das sind doch dinge die kann man nicht machen wenn die nur im pokédex sind so ich hoffe das passt so doreen hat geschrieben aff so süß ja der adi bestimmt risiko wie lange hast du schon eine brille seit ich denken kann ich glaube ich wurde mit der brille schon geboren nein die habe ich im kindergarten hatte ich im kindergarten schon eine brille ich glaube ja also wenn ich jetzt 32 bin dann habe ich die bestimmt schon 30 jahre lang also ich habe eigentlich schon immer eine brille ich wurde schon mit schlechten augen geboren beziehungsweise damit ich mehr sehen kann als ihr habe ich mir gedacht ganz früh hole ich mir schon eine brille damit ich auch durch wände gucken kann und so ich weiß nicht die sah natürlich damals immer richtig schäbig aus jetzt sind sie einfach nur noch groß und klotzig die gläser werden auch immer dicker also jeder der keine brille hat thumbs up ne ich weiß immer wenn man ins kino gehen muss und man muss dann immer die 3d brille aufsetzen zusätzlich zu der brille die man eh schon hat und die anderen sagen schon jetzt musste ich zwei stunden mit der brille da sitzen das ist voll unangenehm und ich so ach so ich musste zwei stunden mit zwei brillen da sitzen das ist das ist da bin ich dran gewöhnt ne das macht mir nichts mehr dann sani fragt was liebst du an deiner freundin am meisten da steht sogar antwort ansehen wer hat denn da was geschrieben wenn ich jetzt hier drauf drücke das pikachu weg nein pikachu ja das ist süß da mischt sich gleich wieder die sabrina ein müssen das pikachu wiederholen was liebe ich an meiner freundin am meisten zuallererst dass ich ihr vertrauen kann dass sie mir wirklich ein sicheres gutes gefühl gibt was ich schon ewig nicht mehr hatte in meiner letzten beziehung ich bin so verrückt geworden so krank geworden die hat immerzu nur mist gemacht die hat mich komplett ich war so fertig mit der welt keine ahnung ich konnte keine nacht mehr ruhig schlafen man hat sich den ganzen tag richtig mies gefühlt alles war richtig verkackt sonst was man hat panikattacken gehabt angstzustände bei pupsi ist das eben nicht so bei pupsi mache ich mir irgendwie nie sorgen weil bei pupsi kann ich vertrauen ich bin ruhig ich bin gelassen nicht bin ich kann leben ich kann meine sachen machen ohne ständig im kopf zu behalten ja was macht sie gerade wo ist sie gerade und dieses das ist komplett weg dieses sichere was sie mir gibt diese dieses gefühl das ist einfach richtig toll wenn man das die ganze zeit nicht hatte außerdem liebe ich an ihr ihre ihre kleine tollpatschige art sie ist manchmal wirklich wie ein kind was immerzu von einem fettnäpfchen ins nächste tritt man fühlt sich nicht so wie ja ich bin zwar der mann aber sie hat die hose an ich fühle mich dann wirklich wie bin der mann und ich muss ihr immer zu helfen ich muss sie auf den rechten weg bringen ich muss die die gegner besiegen die sie ärgern ich muss hin ich muss mich um sie kümmern sie gibt mir eine beschützer rolle der ich mich auch wohl fühle und dass ich auch gerne macht sie hat eine liebliche art an sich sie läuft nicht durch die gegend wie viele andere so erhobenen hauptes und sagen ja ich bin so toll ich bin die geilste die auch charakterlich richtig eklig oder doof sind sie ist er auf dem boden geblieben sie versucht immer wirklich es allen recht zu machen sie sie will immer nur mein bestes sie will das beste für ihre familie sie sie ist einfach eine zeit ein zartes reh sagen wir mal so das habe ich nicht oft wenn ich so guck in meiner umgebung wie alle rumlaufen wie alles sich geben das ist alles richtig unterirdisch wo du denkst es ist egal wie die aussehen aber schon wie die reden wie die sich geben wie die sich verhalten dass das schreckt einen total ab und Pupsi ist eben anders Pupsi ist eben Pupsi deswegen ist sie auch Pupsi andere würden dann heißen aber sie heißt Pupsi weil die ist einfach klein und süß so und ich liebe es auch an ihr dass sie auch so kuschelbedürftig ist und ja sie ist sie erfüllt halt ihren zweck sagen wir es mal so außerdem hat sie mir ein adi geschenkt weil sie einfach nur wollte wirklich dass es mir gut geht und für die zeit wo sie nicht da ist und sie ist immer darauf bedacht wenn sie was sieht sie denkt an mich und sagt hier ich habe dir da was mitgebracht für dein Ramses Kitchen oder ich habe hier da und dort und hier willst du das mal probieren und hier habe ich mal da also sie denkt auch an mich sie sorgt für mich sie bereichert mein Leben auch wenn es manchmal extrem kompliziert mit ihr ist durch die ganzen äußeren umstände trotzdem liebe ich sie dafür dass sie so ist wie sie ist und dass sie eben nicht so ist wie 99 prozent alle anderen äh was ist oder war dein größter Traum fragt der Hannes Schröder das weiß ich auch nicht mein größter Traum war damals immer Wrestler zu werden deswegen habe ich ja als äh Kind im Garten schon angefangen immer mit meinen Kumpels haben wir die Matratzen dahin geschmissen dann sind wir immer auf das Garagendach geklettert wir haben uns vom Garagendach runter geworfen gegenseitig durch Tische wir sind auf Stühle geklettert sind runter gesprungen wir haben irgendwelche Stubentüren so Schiebetüren genommen haben die hingelegt auf Stühle haben uns dadurch geworfen wir haben uns mit irgendwelchen brettern verprügelt und gemacht das Dosen Match wo man seinen Finisher in den Berg Dosen machen musste ich habe sogar noch Aufnahmen davon die fliegen irgendwo auf dem Rechner rum das ist auf jeden Fall cool vielleicht kann man sowas auch mal zeigen und das war eigentlich immer mein größter Traum ne ansonsten was habe ich für Träume ich habe eigentlich keine Träume mein Traum beziehungsweise mein Ziel momentan wäre es mit YouTube auf jeden Fall weiter voranzukommen mehr Zuschauer zu erreichen und ja einfach wirklich irgendwas hinterlassen so auffallen nicht einfach man ist tot und keiner wusste wer man ist sondern man ist tot und die Leute sagen ach kennst du noch den das war noch cool ne als der noch gelebt hat als der noch Videos hatte das hat man sich gerne angeguckt man möchte irgendwo ein in in Gedanken bleiben sage ich mal dieses wirklich gelebt zu haben und das ganze Leben vertan zu haben und nutzlos gewesen zu sein das ist das was mich glaube ich am meisten dann stören würde so Nightmare fragt was magst du an Pokémon Go und warum früher habe ich gesagt immer ich mag an Pokémon Go ähm dass gerade wenn man auf Reisen ist man unterwegs ist man sich daran orientieren kann wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und ich sage hier wir haben das Auto jetzt hier hingestellt merkt ihr die Arena ne wir laufen durch die ganze Stadt wir haben uns verlaufen wir wissen nicht mehr wo wir sind wo das Auto ist du guckst auf deine Pokémon Go App du siehst da vorne ist die Arena da steht auch das Auto also laufen wir da wieder hin generell wenn du auf Reisen bist dass du deine Umgebung besser erforschen oder besser erkunden kannst weil dir werden ja Sachen angezeigt auf die achtest du sonst gar nicht generell bringt es mich mehr in Bewegung äh früher habe ich viel Playstation gezockt früher habe ich immer da gesessen Tony Hawk GTA äh Lara Croft lauter Mist keine Ahnung Wrestling natürlich irgendwann habe ich nur noch Wrestling gezockt auf der Playstation mittlerweile zocke ich nicht mal mehr Wrestling weil das ist halt drin sitzen und stumpf da rum auf dem Bildschirm rum machen aber Pokémon das bringt dich halt raus das bringt dich in die Natur ich bewege mich viel mehr das ist irgendwo ein bisschen Fitness dabei dann der Aspekt mit anderen Leuten in Interaktion treten als wir unsere Community noch hatten war das natürlich cool X-Raid gewesen da sind die Leute aus Thema gekommen dann sind die aus Bad Rodach gekommen dann sind vielleicht aus Eisfeld welche gekommen aus Hibuso am X-Raid standen 30, 40 Leute jeder hat jeden gekannt jeder hat jeden gegrüßt kurz einen Plausch gehalten also das war cool und wenn man jemanden nicht gekannt hat hat man die da kennengelernt auch wenn man die so dann in der Stadt gesehen hat immer gegrüßt alles gemacht das war eine richtig tolle Zeit auch rauszugehen neue Leute kennenzulernen mittlerweile macht jeder irgendwie sein eigenes Ding die Eisfelder in Eisfeld die Rodacher in Rodach obwohl die machen wahrscheinlich gar nichts mehr so wie es sich anfühlt die Temarana in Thema und Hibu hat sich ja gespalten ist ja kaputt da und deswegen stehe ich meistens alleine da beziehungsweise in der Gruppe sind nicht mehr so viele aktiv aber seit ich mit YouTube angefangen habe habe ich jetzt meine Community und das ist ein Hobby ein Hobby was mich ganz anders mit Leuten verbindet nämlich auch jetzt über die virtuelle Welt mit Leuten was nicht nur virtuell bleibt weil dadurch auch Freundschaften entstanden sind weil dadurch auch Kontakte entstanden sind dass Leute schon ankommen und mich besuchen und das ist richtig toll ohne Pokemon Go wäre sowas wohl nie gewesen ich weiß noch als Falco einfach gesagt hat jo er kommt mal nach Hibu fertig ich wusste gar nicht wer das ist und dann war er auf einmal hier und wir hatten einen richtig coolen Tag und das hat Spaß gemacht der Gabriel letztens als er kam richtig cooler Tag gewesen richtig gute Sache Biala der immer so viel spendet wo ich auch schon ausgemacht habe dass ich den demnächst besuchen werde dann mit Pupsi vielleicht zusammen da werden wir auch noch ein Video machen und ja ich finde Pokemon Go ist halt das ist halt nicht einfach nur ein dummes Spiel was man mal spielt wenn man gerade Bock drauf hat ich finde das das gehört schon voll einfach dazu so diese Community die sich darum aufgebaut hat alles also es macht Spaß wenn du so zockst es macht Spaß wenn du mit den anderen zockst dann hast du so viele Leute da kennengelernt diese Community aufgebaut und das ist wirklich was wo ich sagen würde feine Sache ne Pokemon Go danke dass es dich gibt Theo Halmi was spielst du am liebsten und was liest du am liebsten müsste ich sagen am liebsten spiele ich Pokemon Go und was lese ich am liebsten hm ich lese eigentlich also Bücher lese ich eigentlich gar nicht oder so ich würde einfach sagen am liebsten lese ich die Kommentare bei YouTube wenn die Leute wieder was unter das Video geschrieben haben Daniela Bier wann bringst du mir meine Katze da ich deine Adresse nicht hab kann ich dir leider deine Katze gar nicht bringen ne obwohl der Herr Bier hat mich ja eingeladen zu seinem Geburtstag wo ich dann aus Versehen die Katze vergessen hab vielleicht äh ja vergessen wir es alles gut es gibt keine Katze Adi ist ja ein Hund haben wir letztens festgestellt ein guter Mensch fragt wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor ich weiß es nicht ich hab keine Ahnung das ist auch ein Ding was ich mit Pupsi immer hab die Zukunft wie geht's weiter keine Ahnung also erstmal wär's ja gut vielleicht mit dem Arsch wieder an die Wand zu kommen auf der anderen Seite mit dem Arsch an der Wand hab ich keine Zeit mehr für euch will ich das mir geht's eigentlich gut so wie es ist ist das ein Zustand den man eben halt den man ewig halten kann ich weiß es nicht äh in 10 Jahren in 10 Jahren ähm 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 lebe ich mit Pupsi zusammen ja wir haben noch ein Kind ne sie hat Molly endlich zum Adi geholt na gut in 10 Jahren ist Adi schon tot Adi das hast du nicht gehört alles gut äh und in 10 Jahren hab ich die 10.000 Abos uh mehr brauch ich nicht vielleicht hab ich noch meinen eigenen Burger auf den Markt gebracht ne der Mac Ramses jetzt neu zum Essen jetzt sind wir eigentlich schon über die 15 Minuten aber wir sind grad ich hab mich an den ersten Fragen so sehr aufgehalten ein guter Mensch noch weiter meiner Meinung nach wird uns das Thema Corona und die damit verbundenen persönlichen Einschränkungen niemals mehr loslassen wobei es meiner Meinung nach nicht um den Virus geht als vielmehr darum die Rechte der Bevölkerung einzuschränken wie stehst du zu diesem Thema ach du meine Scheiße äh ich sag immer noch ich bin ein sehr misstrauischer Mensch was Medien betrifft was Politiker betrifft was irgendwelche Sachen die vorgegeben sind ich sag immer wie gesagt wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner da der es gesehen hat ist er da wirklich umgefallen oder wie war das oder wenn ein Blitz einschlägt ist er da wirklich eingeschlagen ich hab keine Ahnung es gibt die Leute die sagen boah Ramses sag nicht Corona gibt's nicht ey das ist voll heftig und dann gibt's die Leute die sagen wie ich vielleicht ist das alles einfach nur irgendwas ich weiß nicht es gab schon immer Sachen das wurde alles so hochgepusht aber wenn ich was selber nicht sehe dann glaube ich's nicht es kann sein dass es was gibt aber mittlerweile wird das ja so alles was ist ist plötzlich Corona und ich find dadurch wird das übertrieben und vielleicht ist das gar kein Thema mehr aber sie wollen es immer noch als Thema lassen was dann schon in die äh Richtung geht Rechte einzuschränken äh Leute zu kontrollieren einzudämmen und ich find man kann der Gesellschaft im Großen und Ganzen einfach sowieso nicht trauen die machen eh immer nur irgendwelchen Mist das seh ich ja schon äh wenn ich zur Polizei gehe ne und die meine Rechte nicht vertreten weil die einfach ihren Pflichten nicht nachkommen wo ich mir denke alles klar es ist es ist ein schwieriges Thema ich sag mal so ich kenn niemanden der von Corona betroffen war ich kenn auch niemanden der jemanden kennt der von Corona betroffen war aber in den Medien heißt es ja immer hier und dort und überall und keine Ahnung aber die können sonst was erzählen ich wüsste doch nicht wirklich am Ende ist das so ist das nicht so ist ja wie mit Bin Laden damals Bin Laden war das mit den Türen Bin Laden hier Bin Laden da und da im Darknet auf irgendeiner Seite steht ja Bin Laden der war schon lange tot ne der wurde schon vor 10 Jahren beerdigt weil er an Altersschwäche gestorben ist bevor diese Anschläge und alles waren aber in den Medien ja Bin Laden war das Bin Laden hat das gemacht Bin Laden hier jetzt haben wir Bin Laden erwischt wir haben seine Leiche auf jeden Fall wir haben eine jetzt ist er tot das können die einfach sagen und wir glauben das aber ist es wirklich so es gibt keine Beweise gar nichts eine Frage machen wir noch ach hä Power Raider 100 Raid Boss 2 warum besitzt du keinen Briefkasten wieso besitze ich keinen Briefkasten ich hab doch einen Briefkasten da hol ich jeden Tag meine Post raus ja wie kommst du zu der Frage wo ist mein Briefkasten hast du den mitgenommen oder was muss ich gleich runter muss gleich gucken das heißt wir sind jetzt bei 20 Minuten ich wollte 15 machen und die Frage macht mich misstrauisch ich geh jetzt los ich guck mal ob mein Briefkasten noch da ist und dann sehen wir uns zurück im Teil 2 des FAQ Videos auch wenn wir jetzt nicht so viel geschafft haben sorry bin ein bisschen ausführlich vielleicht das war es von meiner Seite aus ich gucke noch meinen Briefkasten wir sehen uns gleich im Teil 2 wieder AHHHHH